Hallo und willkommen bei Akkordeon Online, eurer Online-Plattform für Neues aus der Akkordeon-Szene. Mein Name ist Volker Wiegand und ich habe heute zu Gast aus Berlin Peter Michael Haas. Hallo Peter. Peter, du hast anlässlich des 70. Todestags von Django Reinhardt einen großen Video-Workshop produziert und veröffentlicht rund um Django Reinhardts Musik. Einen Workshop für Akkordeonspieler. Aber warum machst du einen Video-Workshop rund um Django Reinhardt? Er war ja Gitarrist. Django war aber der Akkordeonszene immer nah. Er hat ja seit 1934, glaube ich, das berühmte Hot-Club-Jazz-Quartett, Quintett gehabt in Paris. Und wenn die ihre Auftritte hatten, kamen immer die, ja eigentlich die größten und beweglichsten Musette-Spieler aus der Musette-Szene abends vorbei und haben mit Django gejampt. Und man kann ohne Übertreibung sagen, Django Reinhardt hat uns Akkordeonisten in Europa den Jazz gebracht. So würde ich es ausdrücken. Also Jazz im Akkordeon praktisch. Und du hast ja viele Sachen schon gemacht. Ich kann mich an ein wunderbares Buch erinnern, wo du osteuropäische Musik zum Beispiel unter Dulu genommen hast. Warum diesmal ein Online-Workshop und nicht klassisch, wie du es schon viele, viele Mal getan hast, ein Akkordeon-Buch? Ein Buch wäre, glaube ich, furchtbar langweilig geworden. Das heißt, ich hätte die Songs nehmen können, aufschreiben. Man kommt ja an diese Lied-Sheet-Noten überall eigentlich ran. Es wäre dann um die paar Tricks gewesen, wie man Django-Songs spielt. Die müssen allerdings von einem Jazzmusiker vermittelt werden. Das können normale Akkordeon-Lehrer einem nicht helfen. Es wäre also gegangen, es wäre ein schmales Bändchen geworden. Aber ich hatte ja viel mehr vor. Ich wollte wirklich gleichzeitig zeigen und eben nicht nur aufschreiben, das habe ich in anderen Büchern schon getan, wie man diesen Rhythmus überzeugend und druckvoll spielt. Ich wollte einen kleinen Kurs drin haben, wie man die Akkordgriffe rechts einsetzt. Was ja ein furchtbar vernachlässliches Thema ist im herkömmlichen Akkordeon-Unterricht, bis heute leider. Ich wollte zeigen, wie man aus den Akkordgriffen seine eigenen kleinen Chorusse ableiten kann. Wie man da dazu übergehen kann, frei auf der jeweiligen Tonleiter zu spielen. Das heißt, wir haben wirklich zusammengepackt einen Groove-Kurs, einen Rhythmus-Kurs, einen Akkord-Kurs und letztlich dann einen Kurs mit den Tricks, Django-Songs zu spielen. Also vier oder mehr Workshops in einem. In einem Buch hätte das irgendwie gar nicht Sinn gehabt. Und in Videos lässt sich das halt wunderbar vermitteln. Zeigen, mit Playalongs unterstützen. Und jeder, der das, kann das dann immer wieder angucken und zurückspulen. Das ist natürlich schöner, weil man hat das Medium, man hört gleich, man kann gucken, man kann anhalten, man kann auch in der U-Bahn mal drin rumblättern, das Buch ist sonst zu Hause. Wunderbar. Aber du sagst, du hast da mehrere Workshops praktisch eingepackt. Droht das nicht ein bisschen auseinander zu klappen, das dann so? Du meinst diese vielen Themen. Ja, das ist ja praktisch im Jazz-Workshop mit integriert um den Django. Und dann, wie du sagst, die Bassläufe, die Entwicklung etwas und so weiter. Das ist ja ein Riesenthema. Könnte man in vier, fünf Workshops sozusagen einzeln machen. So betrachtet war Django eigentlich der Kristallisationspunkt, der Aufhänger sozusagen für alle diese Sachen. Die gehören aber für jemanden, der Musik macht, ja letztlich zusammen. Und es stimmt aber, als ich anfing, den zu machen, vor, das ist jetzt drei, vier Monate her, wie die erste Projektphase war, hatte ich ziemliche Angst, ziemliche Sorge, es könnte auf diese Art auseinanderfallen. Dass also manche, die das durcharbeiten, dann sagen, ach, diese ersten Improvisationsübungen sind ja hübsch, aber alles andere geht mir nichts an. Dass andere Fortgeschrittene wieder sagen, ja, ich möchte ein Jörg spielen, ich möchte Swing 42 spielen können. Aber diese blöden Improvisationsübungen, mit denen habe ich nichts zu tun. Und mein großes Glück war, ich hatte eine Auswahl von Testlesern und Testleserinnen dabei. Auch sehr gestaffelt, fortgeschritten, weniger weit fortgeschritten, auch fortgeschrittener Anfänger sogar. Und es hat mich sehr, ja, beglückt, ist jetzt so ein altmundisches Wort, aber es hat mich sehr beglückt, zu sehen, dass die wirklich alle eigentlich sagten, nein, egal, auch wenn ich nicht alles durcharbeiten kann, Anfänger von da hinten manches nur zur Kenntnis nehmen, wir finden, es passt zusammen, es gehört zusammen und hat uns insgesamt als Einheit überzeugt. Ist mir natürlich ein Stein von der Seele gefallen. Super. 50 einzelne Videos habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ein ordentliches Paket. Wie ist denn dein Team aufgebaut? Wer macht denn da mit? Hast du da Musiker eingeladen? Hast du Kameramänner oder Lichtdesigner oder Make-up-Leute? Wer macht das alles? Das Team. Ja, ich habe tatsächlich über drei Monate alles alleine gemacht. Oha. Also ich denke, man muss auch ein klein bisschen gar gar sein, dass man Spaß dran hat. Ich hatte tierischen Spaß dabei und habe auch, obwohl ich schon professionelle Videos gemacht hatte, wirklich nochmal viel dazugelernt. Das heißt, ich bin wirklich mein eigener Webmeister, mein eigener Grafiker, mein eigener Kameramann, mein eigener Videoschnittassistent. Nach dem Dreh bin ich dann immer mit dem Laptop, mit der Regionalbahn quer durch die Markt Brandenburg gefahren. Kopfhörer auf, Laptop aufgeklappt, von Berlin nach Potsdam und zurück. Und habe den Videoschnitt gemacht, bis ich nicht mehr konnte. Und dann gab es irgendwo eine kleine Pizza zur Belohnung. Okay. Das Einzige war dann, dass ich gemerkt habe, bei den Aufnahmen selbst, da musste mir eine Assistentin zur Seite stehen. Weil wenn du das Make-up kontrollierst, das Licht einstellst und überprüfst, deine Texte hier hast, die müssen in den Teleprompter geladen werden. Wenn du das alles machst und dann auch noch gut gelaunt in die Kamera sprechen möchtest, ist ein bisschen viel auf einmal. Das heißt, da war ich dann sehr froh, dass ich wunderbare Hilfe bekommen habe. Wunderbar. Nun zur Vermarktung. Du vermarktest deinen Workshop selbst. Auf der großen Plattform, wie um die haben wir jemals nicht gefunden? Ja, du meinst die Plattform Udemy. Diese großen Plattformen erscheinen mir ein bisschen wie die Aldi-Discounter der Workshop-Szene. Udemy gerade scheint eine unglaublich sprunghafte und willkürliche Preispolitik zu haben. Somit vollkommen überraschenden Sonderangeboten. Günstig für die, die mal ein Schnäppchen machen wollen, aber nicht günstig für die Autoren. Obwohl ich zugeben muss, auf Udemy habe ich damals einen Kurs, wie mache ich ein Video-Tutorial und drehe dabei mit meinem iPhone ab. Das habe ich sehr günstig abgeschlossen und freue mich drüber. Das war damals mein Start-Ausbildung. Aber gut, nein, ich vertreibe jedenfalls den Django-Workshop über meine Website. Mein Leserkreis ist zum Glück groß genug, dass ich mir keine Sorgen um Interessenten machen muss. Peter, es wird ja im Netz immer mehr zum Mietpreis angeboten. Man kann Abos anmelden und dann kann man da mitmachen. Wie ist es bei dir? Nein, bei mir gibt es so etwas nicht. Ich werde vielleicht im nächsten Jahr tatsächlich eine neue Video-Anfängerschule schreiben. Und für so ein Modell, genauer wie auch Akkordeon Online, da könnte so ein Mietmodell sinnvoll sein. Aber dieser Workshop, genau wie man ein Buch kauft und behält, soll als Einheit dauerhaft zugänglich sein für alle, die es kaufen. Das heißt, ein Passwort, ein Kaufpreis, lebenslanger Zugriff. Finde ich Ehrensache. Gut. Peter, können wir denn mal eine Kostprobe von dem Workshop sehen, irgendwo im Netz? Ja, klar. Ich habe ein YouTube-Video jetzt gepostet. Da findet ihr einen kompletten Streifzug durch die neuen Kapitel des Workshops. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Information zum Einstieg. Wenn ihr unser Interview jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal seht, dann sollte da oben eine Infokarte aufleuchten, die direkt zu diesem Video führt. Und wenn ihr das nicht tut, sondern jetzt von anderswoher nachgucken wollt, gebt in der YouTube-Suchfunktion, also nicht Google-Suche, würde auch gehen, aber nicht so direkt, geht auf YouTube. In der YouTube-Suche-Funktion gibt ein Django-Akkordeon und ihr seid sofort bei meinem Workshop, bei dem Video über meinen Workshop und einem weiteren interessanten Video, was ich über Django gedreht habe. Und wenn man jetzt mal geschaut hat und so weiter und sagt, das interessiert mich, dann gehe ich aber dann auf deine Webseite, petermichaelharras.de, in deinen Online-Shop, bestelle das und kriege den Zugang. Genau so ist es. Aber, wie ich gehört habe, gibt es noch einen besonderen Tipp? Da wollte ich nur fragen, also man geht auf deine Webseite und wenn man dann einen Gutscheincode braucht, ist das nämlich was Schönes, was wir anbieten, ja, an alle, die Akkordeon Online abonniert haben, bekommen 30 Euro Gutschein. Also 30 Euro Rabatt, sagt man ja. Ja, Hermäßigung, ja. Hermäßigung, genau. Und das ist also auch vielleicht eine Möglichkeit, Akkordeon Online zu abonnieren. Ich habe selber nochmal gesucht, wie kommt man da hin? Ich war eine Weile, muss ich sagen, obwohl ich Fan bin, nicht auf der Seite. Ich wollte eigentlich akkordeon-online.de eingeben, aber der Name ist ja viel genialer. Akkordeon.online. Und schon ist man da und schon seht ihr als erstes, glaube ich, auch, ihr habt das ganz oben hingepackt. Dankenswerterweise den Hinweis auf diesen Workshop. Ja, und schön, dass du da warst, Peter. Das war mir eine Freude. War mir auch ein Vergnügen, mal den berühmten Peter Michael Haas hier im Studio zu haben. Ich weiß auch, dass du früher mal in Berlin am Jazz-Piano in Kneipen gespielt hast in deiner Anfangszeit. Du spielst immer noch mit Musikern zusammen. Gibt es denn was von Django Reinhardt, das wir jetzt noch hören können? Als schwungvollen Abschluss würde ich gerne präsentieren eine, glaube ich, schon vier oder fünf Jahre alte Aufnahme im Trio live auf der Bühne von der wunderbaren Kleinkunstbühne Zimmer 16 in Berlin-Pango. Ja, das ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank, dass du hier warst. Und jetzt hören wir noch ein bisschen das Trio von Peter Michael Haas. Und sagen so lange Tschüss. 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 Musik 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 Musik